Wer hat den Keks aus der Dose geklaut? Du wirst jetzt bestraft Ich will nicht bestraft werden Deutsch Drachenmädchen Oh nein ich hab grad Drachenmädchen gesagt Suha Aus Shiyu haben sie Suha gemacht Das beste ist aber DragonMade Ernus Ist jetzt Rentner Wachskeks Kannst du mir sagen was ein Rentner Wachskeks ist? So Kekse die du von Rentnern bekommst? Keine Ahnung Keine Ahnung ich spiel die nicht mehr die ist Kacke Das wird nicht annuliert Hast du mich verstanden? Du kannst übrigens auf die Karten verschieben Ich hab die gerade herausgefunden Was verschieben? Die Ansicht von den Karten zieh mal mit der Techbox weg Ja ich weiß Das ist so unnötig Was soll das ich wollte das annulieren Yo ich hab ich hab Ich hab zwei Playrouten entweder nur Dogmatiker oder die richtige Playroute Oh nein Damit hab ich nicht gerechnet Nein Also allgemein Chronomalkrasen das ist schon echt scheiße Ey Okay fangen wir simpel an Mit Alpha Bestien Meister Hm Oh ne Kannst du nicht outen? Ist der jetzt so stark? Ja Ja Halt Kannst du mal aufhören Kannst du mal aufhören Kannst du bitte aufhören Warum ist Alpha kein Schnelleffekt? Ich weiß es nicht Wir werden es nie herausfinden Warum wohl? Ja weil er sonst ja gut wäre Ja weil er sonst ja gut wäre Ich kann ein Monster bouncen Äh Flir auf die Hand Oh nein das war so dumm Oh das war so dumm Oh das hab ich mir dabei gedacht Hast du noch bei Sinnen? Nein Nein Rennen über den Koribu Der ist nicht once per turn Das ist ja unfair Battle Tricks sind echt unfair Battle Tricks sind echt unfair Ja Gut erkannt Let's fucking go Warum verfärbt sich der Hintergrund Wenn ich so viel Schaden nehme? Weil es gefährlich ist Oh Ist gefährlich? Ja Ich will keine Karte aktivieren Hehehe Nein auch nicht in der Stand by Face Hehehe Und du bist wieder im Wind gelockt Heißt du musst mir wieder keine Sorgen machen Das sagst du jetzt Bis du realisierst das Access Code ein Windmonster ist Ist der nicht? Doch Nein Das werden wir gleich herausfinden Oh man kann gedrückt halten Dann vergrößert man das Artwork Äh also alle 12-Jährigen Äh haltet euch bitte zurück Das macht ihr hoffentlich zu Hause Und nicht wenn ihr jetzt unterwegs ist Video schaut Ist das einfach Bauchfrei